Hey Freunde, es ist Philipp von abmischenlern.de und heute möchte ich euch meine drei Werkzeuge nennen, ohne die ich niemals einen Mix fertig bringen könnte. Bevor ich euch die verrate, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt zu meinen drei Mixing-Werkzeugen, ohne die ich niemals einen Mix fertig bringen könnte. Punkt Nummer 1 für mich, eins der drei wichtigsten Werkzeuge, ist der Kompressor. Mit dem Kompressor kann ich wirklich den Sound eines Instrumentes einer Stimme formen. Ich kann ihn nach vorne bringen, ich kann ihn zurücksetzen, ich kann das einfach unter Kontrolle halten. Das ist der extrem wichtigste Punkt beim Kompressor. Du kriegst Kontrolle über den Mix, sei es auf einer Einzelspur, sei es in einer Subgruppe. Mit einem Kompressor kriegst du schnell Kontrolle über den Mix. Deswegen ist das mein Nummer 1 meiner Werkzeuge für das Mixing. Punkt Nummer 2 ist der Equalizer. Und zwar aus dem Grund, hast du ein schlechtes Aufnahmeumfeld, dann kannst du mit dem Equalizer immer noch so viel rausholen und es immer noch professionell klingen lassen. Natürlich ist das manchmal mit sehr viel Arbeit verbunden, aber du kannst ihn natürlich auch dezent einsetzen. Du kannst einfach die letzten Prozent mit dem Equalizer aus so einem Song kitzeln und du kannst einen Sound formen, du kannst einen Sound komplett verändern. Du kannst ihn als Effekt einsetzen, zum Beispiel so ein Telefoneffekt. Oder du kannst einfach nur die Tiefen aus einem Signal ziehen, einfach dass du es technisch angehst. Also du hast damit verschiedenste Möglichkeiten, kannst extrem kreativ sein, kannst aber auch extrem technisch damit umgehen. Und deswegen ist ein Equalizer für mich unverzichtbar. Und Punkt Nummer 3 ist für mich das Delay, also ein Echo-Gerät. Ich habe lange überlegt, nehme ich ein Echo oder ein Heil-Gerät? Heil wäre wahrscheinlich mein Nummer 4. Wie gesagt, mein geheime Nummer 4 ist Heil, denn mit diesen Sachen könnte ich einen kompletten Mix machen. Klar, fehlen da sicherlich ein paar Spezialeffekte, aber dennoch. Aber warum habe ich mich für ein Echo entschieden? Ich kann mit einem Echo einfach noch mehr Bewegung erzielen, als ich das mit einem Heil-Gerät machen kann. Und wovon lebt ein Mix? Eigentlich von der Bewegung, von der Dynamik. Und klar, mit einem Heil-Gerät kann ich ein Instrument in ein bestimmtes Umfeld bringen, eine bestimmte Stimmung erzeugen. Wie gesagt, deswegen ist es auch Nummer 4. Aber mit einem Echo kann ich halt deutlich mehr Bewegung erzielen, wie gesagt, mehr Dynamik. Es bringt einfach mehr Leben in einen Mix, als vielleicht ein Heil-Gerät. Ein Heil ist auch, wie gesagt, extrem wichtig und wäre meine geheime Nummer 4 sozusagen, um vielleicht nochmal mehr Emotionen rauszukitzeln. Aber ich denke, mit einem Delay kann man halt noch mehr spielen, ein bisschen kreativer sein auch. Aber das sind halt quasi meine Werkzeuge, mit denen ich ja jeden Mix bestreite und auf die ich auch auf gar keinen Fall verzichten könnte. Auf alle möglichen Spezialeffekte könnte ich sicherlich verzichten. Klar, dienen die immer einer Emotion und Emotionen machen einen Mix aus. Aber um einen grundlegenden Mix zu machen oder zu verfeinern, sind diese Sachen natürlich extrem wichtig. Die Grundlage muss stimmen. Diese 4 oder 3 Effekte sind eigentlich 80% des Mixes. Der Rest ist dann sowas vielleicht wie Autotune. Das ist dann nochmal ein anderes Gefühl zu geben oder ein Stutter-Effekt oder keine Ahnung, was es alles gibt. Wie gesagt, aber das sind so meine Werkzeuge, die ich in jedem Mix benutze. Und da möchte ich euch auch wirklich raten, beherrscht diese Werkzeuge. Und wenn ihr diese 4 oder 3 Werkzeuge richtig beherrscht, dann kann eigentlich jeder Mix kommen oder jeder Song kommen. Und ihr werdet ihn vernünftig mischen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen fokussiert euch genau auf diese Werkzeuge. Denn wenn ihr die beherrscht, wirklich in Perfektion, dann werdet ihr auch perfekte Mixes abliefern. Der Rest ist Feintuning. Aber die solltet ihr wirklich beherrschen. Deswegen, also ich hoffe, das war irgendwie hilfreich für euch. Ich würde mich freuen, wenn das so ist. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann auf jeden Fall nachholen. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr meine 5 besten Mixing-Tipps haben wollt, dann könnt ihr euch die runterladen. Dazu verlinke ich einmal die Seite oben im Video und unten in der Beschreibung. Dort gelangt ihr quasi auf die Seite. Und da müsst ihr einmal eure E-Mail-Adresse eintragen. Sobald ihr das getan habt, schicke ich euch mein E-Book sofort zu. Und darüber hinaus bekommt ihr sogar jede Woche einen weiteren Mixing-Tipp obendrauf. Das alles ist kostenfrei. Es entstehen also keine Kosten für euch. Und falls ihr irgendwann keine Lust mehr drauf haben solltet oder euch die Tipps nicht weiterbringen, wie auch immer, könnt ihr euch auch jederzeit problemlos wieder abmelden. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das ist Philipp von abmischenlern.de. Ciao. 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 Ciao.